So, da sind wir wieder zum Glück. Müssen wir das nicht alles jetzt noch mal machen? Ähm. Wir starten jetzt quasi... Ne, ich bin schon wieder falsch. Am Punkt mit Ryan. Ich hoffe, das gibt diesmal keine Probleme. Judentag. Hey, Jacob. Was ist passiert? Baron wollte mich fragen, über den Buggy. Ist das ein Problem? Ja, sie hat mich verabschiedet, zu verabschieden die Elektronik in diesem Stück von Scheiß für ein paar Jahre alt. Sie glauben, du kannst mir das mit mir helfen? Warum fragen Sie mich? Du bist der Mechanik. Ja, ich bin gut mit Tools. Du gib mir ein Auto mit einem Gasoliner, ich mache es ein Rennen. Aber diese Elektronik-Scheiß? Ich weiß gar nichts über das. Most meiner Leben, ich leben ohne Elektronik. Warum nicht sie sagen? Sie lässt mich nicht zahlreißen, meine eigenen Verantwortung, du wirst das wissen. Sie wird mich sofort wegwerfen, wenn sie herausfindet. Deswegen brauche ich deine Hilfe. Der Quartermaster wird dir alle Teile geben und dir sagen, was zu tun. Schau mal an das. Geht ihr was? Ich bin hier, um Teile für diesen Buggy zu holen. Wurde ich nicht, dass Ryan sich das anziehen sollte? Baron hat mich speziell gefragt, ob er einen Augenblick auf ihn behauptet. Kann er es wirklich sich selbst anziehen? Natürlich kann er es. Ich bin nur der Bewerber. Das ist es. Ja, gut. Hier sind die Teile. Ich habe nichts gebraucht. Kann ich die Hardware sehen? Ich habe nichts gebraucht. Kann ich die Hardware sehen? Okay, wo ist er denn? Jetzt. Ach da. Kann ich die Hardware sehen? Ich habe immer sehr gefragt. Ich habe immer gefragt, die Jennifer, eine der Stravangeren, um eine Reaktion zu finden, für etwas, was ich zu verbessern musste. Ja, ich weiß. Du musst nichts sagen. Wie ist er denn? Warum kann ich das jetzt noch mal auswählen? Oh, ich hab die Teilchen oft gefragt. Great, lass uns arbeiten. Und es ist fertig. Okay, das war nicht so schwer. Danke für die Hilfe. Ob ich erstmal auf Herstellen gehe. Mal gucken, was wir eventuell jetzt noch herstellen können an der Werkbank. Ich sag, jetzt nicht dafür brauche ich... Kann hergestellt werden. Was brauche ich dafür noch? Energie 10, aha. Aber was ist denn für Herstellen 5 vorgesehen? Alvin! Was? Ja. Ja. Was? Ähm... Do you remember that day in downtown? I do, it was very traumatic. Und wegen davon habe ich vielleicht vergessen, dass ich ein paar Dinge zurückgebracht habe. Insofern dieses Gerät. Und die Quantenbatterie, die es beherrscht. Du kannst es nicht nutzen können, ohne es zu benutzen. Also, ich glaube, ich bin weg in downtown. Ja, du machst das. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir... Wieso... Ruckelt das jetzt mal so beim Sprechern? Jetzt bin ich gespannt, ob wir jetzt aussehen können, wo wir wohin wollen. Hey, Alvin! Könntest du es unterhalten? Ich arbeite hier mit sehr sensitiven Instrumenten. Ich will sie nicht alle, wenn du sie sagst, hey. Insofern, ich bin beschäftigt. Ich komme später zurück. Was ist das denn? Forschungsprotokoll Dr. Alvin Scott. Nach gründlicher Analyse bin ich zum Schluss gekommen, dass sich Infiltratorhaut unter dem Mikroskop nichtmenschlicher Epidemies unterscheiden lässt. Sie haben ungefähr die gleiche Anzahl an Nervenenden wie Menschen. Die Haut ist mit Haarfoligen bedeckt und die Schweißdrüsen funktionieren. Die Terminatorhaut könnte in jeder Hinsicht als liebendes Gewebe katholicisiert werden. Es wird empfohlen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen, wie die Haut auf verschiedene Arten der Stimulation reagiert. Vielleicht können wir dank dieser Ergebnisse irgendwann zwischen Terminatoren und Menschen unterscheiden. Was noch beeindruckender ist, ist das Herz-Kreislauf-System der Haut. Oder sollte ich sagen, das Kreislauf-System? Wenn man bedingt, dass die Infantoren ja kein organisches Herz besitzen. Die Blutversorgung übernimmt ein mechanisches Kreislauf-System. Das Blut ist ein Biofluid und sollte mit Vorsicht gehandhabt werden. Es ist besonders wichtig, dass wir die Probe nicht kontaminieren. Zum Glück stand er da jetzt nicht, dass er in der Lage ist, ihn umzuprogrammieren, denn hätten wir jetzt die Arschkarte schon gehabt. So. Achja, jetzt dürfen wir da hinten hin. Stimmt ja. Boah, das hat ein langer Weg. So. War hier noch irgendwas zum Aufsammeln? Sah das eben nicht so aus. Ach ja, sorry! Sah das nicht so aus. Kommandert ist euch noch hinter uns. Kommandert! 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 Willkommen zu der Luxury Part des Pflichter. Kann ich hier noch was lohnen? Juuu. Eine Rose für Jessica. Ich bin gerade aus Piscedina zurückgekehrt, ich habe etwas Besonderes gefunden, von dem ich dachte, ich würde so etwas nie wieder sehen. Eine Wildrose, sie war leuchtend rot mit stachligen grünen Dornen. Kannst du dir überhaupt vorstellen, dass irgendetwas in diesem Ödland wächst und lebt? Es zeigt mir, dass diese Erde noch immer solche Schönheiten erschaffen kann. Ich wollte sie nicht pflücken, weil sie so wertvoll ist. Ich musste dabei aber an dich denken, wunderschön und wild. Ich möchte, dass du sie siehst. Sie wird dich an den Grund unseres Kampfes erinnern, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass du das vergisst. Wenn du von deiner Mission zurückkehrst, schau bei mir vorbei. Ich bringe dich dann hin, liebe Perry. Missed. Oh, ich wunderschöne zu leben. Aber hoffentlich werden wir nicht mehr lange. Dank an Menschen wie uns, diese Krieg wird bald. Ich werde bald wieder sein. Du hast gewonnen, dass du das alles tun kannst, egal ob die Kosten. Und so will ich. Ich glaube, dass deine Erwartungen nicht verstanden sind. Du kennst, ich habe einen Mann lange bevor ich meine erste Maschine zu töten. Und ich habe einen Mann lange bevor ich meine Maschine zu töten. Ich habe einen Mann lange bevor ich meine Maschine zu töten. Und ich werde nie vergessen. Ich werde mich nicht mehr vergessen. Auf den guten Tags, sie werden nicht schuldig. Und ich fühle mich, dass dieses Welt ist wert, dass ich für die Schmerzen bin. Auf den Schmerzen, sie machen mich zu töten. Ich will mich nicht mehr weg. Ich will mich und gehen wie alle anderen. Aber wir sind so nahe. Skynet ist schon fast. Ich habe schon erkannt. So, dass du verstehen kannst, dass ich nicht wegflieg. Ich brauche deine Hilfe, Jakob. Ich brauche dich, um zu entfernen. Ich brauche dich, um zu entfernen zu hinterlassen. Ich brauche dich, um sich zu entfernen. Ich brauche dich, um sich zu entfernen. Ich brauche dich für ihn auszuhalten. Er ist nicht prediktbar. Er hat uns abbeutig, um unsere Missionen zu töten und hat ihn vorhin zu töten. Wenn du es interessierst, dann ist das... Das war's, was ich dachte. Es muss fertig sein, Jacob. Es muss fertig sein. Commander... Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau die Tür hinter dir. Vielleicht nicht. Was zu sagen? Nö. Ich dachte, da kommt irgendein Blabla. Warum wir Mac umbringen sollen. Irgendeine überzeugende Rede oder sowas. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt auch im Stadtrittzentrum ist. Oder ob wir jetzt rauswählen können, wo wir da gehen. Warte, der wird ein Schmesser haben jetzt. Stadtrittzentrum. Alvin verlor das Codelesegerät während des Angriffs auf das Stadtrittzentrum. Ich muss hinter die feindlichen Linien und es wieder beschaffen. Nur dann werde ich mit einer... ...HK-Einheit verb... Nur dann werde ich mich mit einer HK-Einheit verbinden und Scannets sich jetzt kurz herunterladen können. Wir werden bestimmt auch Scheineförder treffen. Vermute ich mal. Ich bin hier. Gut. Ich markte die Location des Max-Code-Readers und der Batterie-Pack auf der Seite. Lass mich wissen, wann sie finden. Was ist das denn? Achso. Ich dachte eben, ein Stein liegt da rum. Interessant. 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 Hier geht es dann in der nächsten Folge wieder weiter. Spitze bedanke mich. Bis denn. Äh. pointless. Hier geht's los mit dem Z west west.